Wir sind Melissa Hortes-Gommes und Jürgen Schlegel. Das Eurodance Festival ist einfach der Hammer. Also es ist das beste Festival, das es gibt zum Tanzen. Also ich finde das Eurodance Festival deshalb so super, weil man einfach verschiedene Tanzrichtungen hat, die sich gegenseitig befruchten. Also man kann Lalsa tanzen, man kann Swing tanzen, man kann Hip-Hop tanzen, Latein-Standard und es macht total viel Spaß, auch die anderen zu sehen.